Hey, Willkommen zu einer weiteren GTA Online-Folge und da kommt wieder Nova angerannt und er kommt wieder nicht in mein Auto rein. Sag schön Hallo. Hallo. Ey, so, dir geht's nur noch ganz gut. Warte, ich steig aus. So, jetzt musstest du einsteigen können? Nee. Okay, dann muss ich wirklich hier... So. So. Pass auf deine Tür auf. Freunde, so. Und ich steig aus. Und du kommst rein. Dann komm ich auch rein. Und, perfekt. Jedes Mal dasselbe. Ja, aber wirklich jedes Mal. Aber, dass du mir aber gegen das Auto gelatscht hast, das musst du nicht sein, ne? Ah. Ups. Haha. Das war geplant. Genau. Ja. Ah, genau. Alles geplant. Genauso wie das geplant war. So. Überlebenskampf. Ein bis vier. Und ich geh rein. Oh, du bist ja gerade unsichtbar geworden. Und ja. Da sind wir. Kosten. Und da kommt wieder Nova rein. Ich kaufe mir die schwere Panzerung. Ich werde erst meine Einstellung bestätigen und, äh, Spiele mit ähnlichen Fähigkeiten. Alle Spiele mit ähnlichen Fähigkeiten einladen. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Und ich hoffe, wir wissen noch, wo wir die guten Verstecker hatten. Ja, wissen wir. Ähm, hast du hier Zeitverlängerungen gemacht? Äh, warte. Äh, geht nicht. Hm. Irgendwie geht das nicht. Doch, geht. Ding eben. Erik, was? Erkio, 1998. Der ist aber keine 18. Und Leficu, äh, sechs oder 16? Leficu 11 oder? Leficu, ne. Leficu. Leficu 16. 16. Leficu 16. Ja. Ich begrüße euch. Ja, wunderbar. Und der eine hat ein Headset. Ach, das bist du. Hübsch. Würde ich mal sagen. Ja, spielen. Gut, jetzt sind wir endlich mal sofort. Und warum habe ich vergessen, hier Dings anzumachen, mein Countdown? Gerade jetzt ist es extrem scheiße. Ich hoffe, ich blicke nach 14.30 Mal drauf. Noch ungefähr 11 Minuten. Dann müsste ich mal drauf gucken, damit ich die Folge dann wieder korrekt splitten kann. Na ja, ich versuche mit drauf zu achten. Überleben im Sand. Okay, machen wir es nochmal. Äh, genau da hinten war es. Ne, 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 ne. Hier rein. Und hier verstecken. Na dann. Auf geht's. Verstecke ich mich gleich mal hier. Alter, warum erfische ich den nicht? Das war meiner. Hm. Hm. Na Torra, ist ja langweilig. Wieso? Ich habe ja keine Gegner. Ja, na. Kein difference, genau. Ja, na. Ja, na. Ja, na. Ja. Ja, na. Oh, den würde ich abschießen. Hast du? Verlebt mir der eins. Jawohl, ich hab 10. Ja, ich hab 4, bin nicht schlecht, ey. Äh, Panzer holen. Muss reichen. Wird er gleich bespawnt, oder was? Ja, toll. Die spawnen alle da hinten. Alter. Scheiße. Scheiße. Ey, hier gibt's auch keine Assists oder so, ne? Was gibt's nicht? Äh, wenn einer jetzt den Typen anschießt und ein Zweiter den Typen abschießt. Achso, hier so ein... Dass es da noch so Punkte gibt. Ey, das sieht's ja nicht danach aus. Alter, warum... Das ist ne scheiß Deckung hier. Normalerweise ist das hier perfekt für 4 Spieler, dass man sich hier irgendwie gegenseitig absichert. Aber hier ist ja gar nichts abgesichert. Einer muss hier auf die Straße gucken. Der andere muss, äh, nach hinten gucken. Da, äh, wieder einer. Äh, naja. Egal. Verstehst du schon, was ich meine? Ah. Taktisch Vorgehen. Absprache. Oh, oh, oh. Ich raste aus. Ich auch. Mach dich bereit für die nächste Runde. Alter. Ich muss. Ich raste aus. Alter, ich traf den doch die ganze Zeit. Achso, das ist einer von uns. Ja, das ist klar. Ich sehe nur da hinten jemanden rumwackeln, weißt du? Hm. Ich schieße einfach nur auf den Haufen drauf. Genau, ich schieße und plötzlich nachladen, ne? Alter, das wird ganz schnack. Na. Was? Teammitglied gestorben. Schade. Drei Sekunden trauern und, äh, weiter geht's. Eben, weiter geht's. Nein, 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 nein. Andersrum. Was soll das denn eben? Wolltest du ein Lied singen? Ja. Ich wollte ein Lied singen. Wie heißt das? Klang gut? Holt die Kugel aus meinem Arm. Auch nicht schlecht. Ja. Hab ich nie auch so gedacht. Das wird der Hit. Okay, wir haben gerade mal 10 Minuten. Oh. 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 Äh. Ja. Ich brauch ne Rüstung. Scheiße. Alter, ich muss für ne Rüstung so weit rennen. Rechnet nicht mehr mit mir, ne? Scheiße. Äh. Wie scheiße? Ich stell mich natürlich da bei denen am Spawnpunkt hin. Ja, das ist doof, ne? Ich bin ganz schlauer. Ja, wo sind die denn? Ach, Quatsch. Ah. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, hallo. Tach. Alter, jetzt kommen die alle von da hinten, ne? Oh, Heli. Heli, aah. Nein. Ähm, ja. Ja. Es war doof. Hm. Es wäre toll, wenn wir hier alle zehn Dinger schaffen, ne? Hm. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne mal so lange versuchen, bis wir hier alles geschafft haben. Oh, ja. Ich glaube hier, Lefiko 6 hat es eigentlich, äh, ganz gute Voraussetzung, ne? Es ist nur noch der Heli. Oh, den kriegst du nicht, ne? Ich muss erst mal wieder hier aufladen. Oh, ja, ne? Ja, ne? War gerade ganz knapp, ne? Hm. Schon wieder im Rot gewesen. Schon fast tot, ja. Ah, jetzt bist du ja alleine. Ah, hast du ja schon einmal geschafft? Ne, 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 ne? Was machst du jetzt? Naja, naja, logisch. Hast du geschafft? Oh, ich hab vier geschafft. Wow. Wow. Du hast zwölf. Sehr gut. Gratulatione. Alle rennen sind natürlich gleich, äh, dahin, wo ich hin wollte, ne? Ja, jetzt habe ich keine scheiße Rüstung. Ja, wollt doch, dass ich sterbe. Das Leben ist schlecht und hart und so weiter. Bleib jetzt die ganze Zeit hier hinten. Ja, würde ich jetzt auch aus Protest. So, ich hab den ersten Kill. Ha. Ha. Ja, die Leichen müssten wir echt hier lieben bleiben. Ist ja so genial. Muss mal wieder eben mit einem Knacken hier. Hier muss ich die Folge jetzt leider splitten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ja, was ist denn das hier für den Arsch?